Das Pipi-Langstrumpf-Motto, das habe ich vorher noch nie gemacht, deswegen bin ich mir völlig sicher, dass ich es schaffe, war auch das Motto des heurigen Exploration Day for Kids der Salzburg AG. Unser Exploration Day for Kids ist eben für Kids von 9 bis 13 und die laden wir in das Gebäude der Salzburg AG in unsere Hauptzentrale ein, damit sie einen ganzen Tag mit uns einfach spielerisch in die Welt der Technik des MINT-Bereichs eintauchen. Rund 45 Kinder durften an drei verschiedenen Stationen spielen, lernen und forschen. Also wir beginnen immer mit dem 1-2-3-Quiz, das ist ein echtes Erlebnis, wo sie wirklich viele Fragen beantworten können und dabei Murmeln sammeln. Und dann geht es weiter zu den Stationen direkt, wo sie drei Stationen machen und wir schauen da jedes Jahr, dass ein neuer Mix drinnen ist, dass auch welche natürlich wieder Spaß haben, die wiederkommen. Und da haben wir zum Beispiel die Robotik heuer, wo man lernt einen Roboter zu programmieren und auch ein Spiel zum Beispiel. Die Energiefresser, wo die Energieberatung, Energiefragen einfach auch spielerisch durchgegangen werden. Bei der Station unserer Lehrwerkstätte, da schauen sie wirklich unsere Lehrwerkstätte an und bauen dabei eine Windmülle heuer mit einer Photovoltaikanlage am Dach. Wir waren gerade bei einer Station mit Computern und da durften wir selber ein Spiel programmieren und ich will mit meinem Freund Julian, den ich schon seit dem Kindergarten kenne, Wissenschaftler werden. Ich war bei der Station Orange. Also wir haben da Windmülle gemacht und dann haben wir uns noch so Räume angeschaut. Also da haben wir mit Tablet so ein Scannen und so weiter und da waren wir in einem 3D-Raum und das war auch sehr cool. Wir mussten ein paar Sachen reparieren und ja, so weiter. Das Ziel ist es, spielerisch Wissen zu vermitteln und Freude und Spaß an den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu wecken. Besonders das 1, 2 oder 3 Quiz hat den Kindern sehr viel Spaß gemacht. Also wir haben beim 1, 2 oder 3 Quiz heute, es hat solche Fragen gegeben und drei verschiedene Antworten und dann haben wir herausfinden müssen, welche Antwort die richtige ist. Die Salzburger AG ist ja Green Tech Unternehmen und wir leben Technik und lieben Technik und genau diese Liebe und Leidenschaft wollen wir weitergeben auch den Jungen. Wir finden es sehr cool. Ich werde mich nächstes Jahr sicher wieder melden. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Viel Lernen mit ganz viel Spaß. Der Exploration Day 2023 war ein voller Erfolg. Weitere Infos zu den Kinder- und Ferienprogrammen der Salzburger AG finden Sie unter www.salzburg-ag.at